Und er scoret! Absolut astounding! Und schauen Sie wie der passt! Dann aber ein riesen Patzer vom BVB und der Ball ist drin! Robert Lewandowski 2 zu 0! Das ist natürlich auch sehr eng, Kimmich! Und was für ein Tor von Joshua Kimmich! Wie macht er den denn rein? Joshua Kimmich mit dem 1 zu 0 für den FC Bayern München. 43. Spielminute. Bauters, Jan Bauters, ein mächtiger Knaller hinein ins Gehäuse. Die Zeitgruppen, Volley, Toll, Labbadia lässt geschickt durchflitzen. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 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 6. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. Kimmich mit dem 3 zu 2. Super vorbereitet von Robert Lewandowski. Das ist der personifizierte Wille, Joshua Kimmich. Gezogen genau unter Missverständnis. Und da ist 1-0 durch Arjen Robben. Ein Armer kämpft sich den Ball. Und Robben, es bleibt Zöler kein Geschoss. Müller hat seine Kraft geschafft. Er ist noch bis zum Tor. Müller, Müller macht es! Müller, Müller! Tor! Die Entscheidung! Zwei Solo! In der 3. Minute der Nachspielzeit der 2. Verlängerung. Thomas Müller mit dieser Energieleistung. Was für ein Tor! Das war der Jupp von Sportel. Rivalry am 16. Rivalry. Robin, Robin! Das muss jetzt sein! Arjen Robben mit dem 2 zu 1! Arjen Robben vielleicht mit dem 1 zu 1! Arjen Robben vielleicht mit dem 1 zu 1! Und jetzt stürmen sie natürlich alle auf in Lohm! Arjen Robben wird er zum Helden von Wembley! Und er spielt! Und schauen sie wie der passt! Und schauen sie wie der passt! An gut dieser irr loss! Hartmann ! Som für Jürgenpaar! WM.